Die Zeit ist zu kostbar, um sie verstreichen zu lassen. Ich versuche die Gegenwart zu nutzen, auch wenn es schwierig ist. Der gegenwärtige Augenblick ist kostbar. In Zeiten des Klaus-Schnittes werden wir alle schnell verbringen. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Wie schnell verschweicht Alltag, Krankheit und Co., das wird jeder einmal spüren. Deswegen sagen wir euch, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit.